Mobilität erfordert flexible Lösungen. UPONOR präsentiert daher eine neue Möglichkeit für den mobilen Zugriff auf Ihre Flächenheizung. UPONOR U at Home. Regeln Sie von unterwegs bequem die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und schaffen Sie sich ein perfektes Wohlfühlklima. Bestehende Anlagen mit der UPONOR Funkeinzelraumregelung C56 können einfach nachgerüstet werden. Die Plug-and-Play-Funktion gewährleistet Ihnen dabei eine automatische Serververbindung. Die U at Home App ist für iOS und Android verfügbar und kann sowohl aus dem App Store als auch von Google Play heruntergeladen werden. U at Home ist über verschiedene Benutzerschnittstellen wie Smartphones, Tablets, Laptops und Smart-TVs zugänglich. Es kann von jedem Gerät, das über einen Webbrowser verfügt, bedient werden. U at Home macht Energiesparen leicht. Einfach den Energiesparmodus einschalten, wenn Sie das Haus für längere Zeit verlassen. Sie können Ihre Heizungsanlage jederzeit überprüfen, egal ob von zu Hause oder unterwegs. Auf dem Heimweg schalten Sie wieder in den Normalmodus, sodass Sie zu Hause ein angenehmes Raumklima erwartet. Die gewünschte Raumtemperatur stellen Sie einfach über Ihr Smartphone ein. Mit U at Home behalten Sie die Temperaturen in Ihrem Haus im Verlauf der letzten 24 Stunden im Blick. Auch aktuelle Informationen über die Energieeffizienz Ihres Heizungssystems können über U at Home abgerufen werden. Mit U at Home bleiben Sie mit Ihrer Heizungsanlage in Kontakt, jederzeit und überall.